hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge motorsportmanager so wir bauen natürlich jetzt aus dass wir die reparaturen abschließen gottes willen das hat ganz schön genitten das fahrzeug reparaturen beendet so wagen die nächsten bremsen sind dann die richtigen die wir dann auch in die gerätschaften einbauen dann können wir eigentlich bei verbesserungen die bremsen rausnehmen die bremsen raus machen erst mal motor und was wichtig war das so den 23 tagen weil das war wirklich wichtig also motor und aufhängung das hat richtig das hat richtig geschliffen obwohl motor eigentlich doch motor muss sich ja auch einmal reparieren dann machen wir erst mal die zuverlässigkeit was anderes bleibt mir jetzt erst mal nicht übrig jetzt das erst mal zu erhöhen hier leistung war von beiden gut also die motor leistung war super und das auch als sponsoren vertrag zweiter wenn wir zweiter werden können wir 700.000 ich guck mal beim nächsten rennen mal gucken ob wir noch einmal dazukriegen so bremsen abgeschlossen so und wir bauen natürlich gleich noch mal so eine bremse dass das und das acht tage vorm rennen rein damit so haben wir schon mal die bremsen beim sprung so ist noch einer mit dazu gekommen prämia 1.000.000 880 so ja das sieht doch schon mal gut aus auf jeden fall damit können wir schon mal arbeiten naja 60 prozent so achso da wurde bereich ist war da unten ok post mal hier rein und die andere die jetzt dann kommt geht das mal ja so könnte man es eigentlich auch lassen ja so könnte man es eigentlich auch lassen 6.000.000 ok so und da ist die andere bremse fertig so und da ist die andere bremse fertig teile einbauen und zwar bei mir so und so dann ist aber hier wenn das jetzt violett ähm kurze frage ähm wenn das jetzt hier violett anzeigt haben wir doch in dem fall das bessere das beste auto da sind wir doch hier am leistungsstärksten weil es ja ausgezeichnet violett ist ja ausgezeichnet heißt hier haben wir die stärkste leistung so 60 prozent haben wir hier zuverlässigkeit oder bereich ist auch um zehn prozent geringer dann sollte das ja hier eigentlich jetzt so passen oder jetzt hier sagt sagt ist das auto ok also haben wir jetzt das beste auto was von bremsen herr angeht haben wir jetzt erst mal das beste auto das schon mal super so abbrechen bremsen haben wir genug so das ist doch alles ja dann müssen wir mal gucken hier 30 prozent zur gläßigkeit aber kaufen das eigentlich sinnvoll das zu nehmen das zu nehmen also dass das qualifizieren haben wir nicht 10 prozent aber wir können ja dann die leistung müsse ja dann trotzdem die gleiche bleiben wir passen das erst mal zusammen so was haben wir denn hier beschleunigung also müssen wir auf beschleunigung gehen auf kurvenniedriges tempo kurven mittleres tempo also aufhängung ist kritisch das die aufhängung die wir jetzt drinnen haben sind die besten das lässt mich mal kurz schauen aufhängen bräuchte ich gar nichts machen das ist schon die als aufhängung bräuchte ich gar nicht zu machen nur die zuverlässigkeit erhöhen wie es jetzt keine machen das getriebe ist noch ja das getriebe ist noch nicht die wahre wohnung mit den 45 43 prozent ja also die ersten drei rennen in jeder saison müssen wir erst mal beschäftigt die teile überhaupt auszubauen so dann gucken wir mal nach münchen so wen hast du denn entdeckt äh näh 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 nix dabei gucken ob bei der nächsten runde dann wieder welche mit dabei sind Okay, wir könnten es probieren Und auf nach Deutschland Nach München So, Feedback an Wollen wir mal gucken Wir werden wieder So, Fahrverhalten So, wir müssen mal mit diesem Grundeinstellung So, wir müssen mal mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ja das ist ein guter grund und du bleibst auf intermedien zwei es fängt gleich wieder an wir können dann noch mal in runde vier die reifen werden jetzt ziemlich stark abnehmen wir können dann in runde vier macht man dann boxenstopp oder runde fünf dann fahren bis zur 8 oder 9 durch in der 8 unter 8 davon bis 9 runde 10 durch mit intermedien und danach wird es besser wetter wird dann besser das heißt dann nimmt es wieder ab und recht wechseln wir auf mittel oder auf soft schwere eigentlich für für soft oder so jetzt fängt sie mich wieder an mit regnen wie sieht es mit dem auto aus sieht soweit gut aus das getriebe macht mir echt sorgen bei beiden autos scheiße ich habe so eigentlich zwei gute fahrer könnten natürlich besser sein sie hat sich jetzt auf 9 vorgekämpft ja im endeffekt müssen wir hier aus dem feld rauskommen müssen unbedingt hier aus dem feld rauskommen sie hat sich jetzt ein bisschen vorgekämpft er ist immer noch 15 soll gangwechsel fühlt sich ein bisschen komisch an ja so bei ihnen morgen gang runterschalten so dann werden wir mal auf die box eingehen meine das sind neun prozent geschätzte position nach boxenstopp 19 sind jetzt in runde fünf genau da kommen mit dem sprit aber hin ich muss mal ich ich muss den machen super musste nicht warten so dann Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, nein, oder? Das ist echt... Sieben bis neun Runden. Schafft die noch eine Runde? Okay. 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 ja anders geht es leider nicht das sollten wir nicht ach hier es wird jetzt auf mit regnen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, auf jeden Fall schön. War eine Meisterschaft zu gewinnen. Sonst hält eigentlich soweit alles durch, wie ich sehen konnte. Also so, wie ich sehen konnte, hat alles durchgehalten, bis auf die Aufhängung, die ich natürlich gerade baue. So, ähm... So, kann man vielleicht nur so und so gehen? Nee, wartet, 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 halt, 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 halt. Ja, das bringt mir eigentlich nichts. Also das, das... Also das hier bringt absolut nichts. Wenn wir das hier einbauen können, das wäre super. Weißt du, äh, wisst ihr, also wir machen das hier. Mittlere Tempo ist dann zwar erstmal 10 weniger. Aber wir haben 30% mehr Zuverlässigkeit. Und dann nehmen wir das noch mit rein. Da bin ich bei 900.000 pro Getriebe. Und das wäre dann... Kurven plus, äh, plus 60. Das müssten wir eigentlich mit dem nächsten reinkriegen. Wir haben ja dann, wenn wir das jetzt, wir bauen, äh, drei Plätze. Dann kriegen wir das auch rein. Okay, dann hätten wir eigentlich auch ein richtig, richtig geiles... Äh, richtig geile Aufhängung. So, ähm... Oh. Verklickt. Okay. Ähm, wie es natürlich weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.